Leute, Stitches ist angesagt, sollte eigentlich ein 15 Minuten Challenge werden, aber wir haben technisch ein bisschen verkackt, was den Sound angeht. Also irgendwie Hundescheiße. Also ich habe ungefähr gefühlt, glaube ich, auch vier Stunden daran gesessen, das irgendwie gerade zu bügeln mit dem EQ da am rumrödeln gewesen, aber die Gitarre hörte sich einfach an wie so ein... Keine Ahnung, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie die Klang. Also folgendes. Ja, komm, moderier das hier weg, Frank Elstner. Ich mach das mal eben. Ich hol mal die Gitarre. Meine Damen und Herren, dann zunächst, wir schaffen das. Auch in dieser Krise mit Felix Brückner schaffen wir das. Es sollte eigentlich eine 15 Minuten Challenge werden. De facto haben wir den Song schon geübt und Felix, großkotzig wie er immer ist, sagt, was soll ich da jetzt noch groß üben und ich kann den. Und ich habe gesagt, ja, ich bin mir nicht so sicher. Und lass doch zumindest fünf Minuten den Song nochmal hervorholen. Nein, das ist ja Schwachsinn. Wer übt, kann nix. Oder wie heißt das? Ja. Genau. Deswegen machen wir jetzt gar keine Minuten Challenge, sondern wir machen, wir spielen den Song ungeprobt und gucken, was da rumkommt. Oder? Machen wir das denn? Also wir hatten beim letzten Mal, wo wir es verkackt haben technisch, hatten wir eine Aufteilung gemacht. Wir haben uns 15 Minuten Zeit genommen, den Song zu üben. Deswegen meine ich, wir brauchen den nicht nochmal üben. Machen wir den so, wie wir den letztens geprobt haben. Du machst erst die Strophe, ich mache zweite Strophe und baller, baller. Ach so. Okay, ja, ja. Alright. Dann brauche ich nur den Text, dann legen wir direkt los. Ungeprobt. Juni, ich weiß nicht immer mehr, wie die zweite Stimme in der Strophe ging. Ja, die hast du auch nicht verkackt. Nee, die war gut. Die war ziemlich genuschelt, aber die war gut. Die war wirklich genuschelt. Okay. Möchtest du zurückrudern und sagen, nein, nein, komm, wir ziehen jetzt durch. Needle in the Thread, weißt du die noch? 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 Ich war so in den Text, die nur. Needle in the Thread, wie wird es... Wie sprach man dieses eine nochmal aus? Aking? Aking. Aking, bagging. You have to come help. Jungs, was heißt Aking überhaupt? Tut weh, aua, au. Elia steht auf so einem Dictionary. Tut weh, au. Au. Ey, du bist das klinisch. Grüße gehen raus an unbekannt, Felix, weiß wen ich meine. Ja, klar. Au. All righty. Kinderheitserinnerung at its best. Scheiße. Also komm, wir gehen nochmal schnell durch. Erste Strophe, du. Ja. Chorus starte hier, pre-chorus starte ich mit. Chorus machen wir zusammen. Was? Ne, pre-chorus startest du mit. Genau, got a feeling. Mach ich noch nachher harmoniert. Dann kommt Chorus. So, Alter. Dann zweite Strophe mache ich. Hey, I get marked onto the flame. Just like I'm marked onto the flame. Oh, you let me in, I couldn't sense the pain. Alter, voll krass. Ich lasse die weg. Do it. Okay. Dann pre-chorus, dann chorus, und dann needle in the thread. Das mache ich einmal alleine. Dann machst du mit Harmonie und dann gehe ich hoch. Yes. Und dann kommt wieder Chorus, Chorus, und dann kommt ganz am Ende dreimal. Now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Und ich hatte da so eine geile Gitarrenscheiße gespielt. Das gucken wir uns jetzt mal alles an. Einfach los lassen wir wieder. Einfach los. Auf geht's. Das war schon viel zu viel, muss ich sagen. Wir sitzen uns auch so gut gegenüber, als würden wir uns gleich gegenseitig bespringen. Okay, ready? Scheiße, wie mache ich das denn jetzt mit der Hand und der Gitarre? So? Bist du bereit? Die Null-Minuten-Challenge Stitches von Shawn Mendes. Also rechnen wir gleich mal zusammen, wie viele Minuten das waren. Okay. Okay. I thought that I've been hurt before, but no one ever left me quite this short. Your words got deeper than the night. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Just like when I march onto the plane. Oh, you heard me and I couldn't sense the pain. You're bitter, I go to the tide. You're bitter, I go to the tide. Now I'm gonna reap what I saw. I'll have secret on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. I'm tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind me dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gotta wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. I'm tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Das steht hier aber anders. Yes! Und was hab ich im Krieg übersucht? Das war doch meine Stimme, oder nicht? I don't know. This was... Shawn Mendes. No! Zu meiner Verteidigung ist zu sagen, ich habe den Song mir nicht ausgesucht. Ich war es gewesen, worden waren.